Ja, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Lauter Telefonate mit Professoren, mit Parteimitgliedern. Wir haben ja mittlerweile fünf Parteien, die quasi sozusagen sich ja anschicken, dass eine davon oder eine fusionierte davon sozusagen in Deutschland im Herbst 2021 regieren soll. Also idealerweise mit 28 Prozent in einer Koalition mit den Grünen oder der CDU. Ja, und der sozusagen der Kongress, da ist jetzt auch am Freitag um 19 Uhr ist also der Vortrag angesetzt oder der Talk angesetzt. Professor Bakhti ist dann am Samstag dran und Daniele Ganser wird zu einem späteren Zeitpunkt dabei sein. Also wir sind also quasi einen Tag dran vor. Also die nextscientistsforfuture.de sind dran, jetzt auch schon mit Foto drin zu sehen. Dann unten jedenfalls nicht hier oben in dem Foto ist die nextscientistsforfuture noch nicht dabei, aber eben unten in der Liste der Fotos sind sie dabei. Also Wahrheitskongress, ja, findet ihr ja, Wahrheitskongress. Einfach mal danach googeln und anmelden und dabei sein. Ja, also das heißt, die Gespräche haben wir gegeben auch mit einem unserer Professoren, der vielleicht sogar dann vielleicht doch in die Basis eintritt eventuell. Oder eben in wir2020-partei.de muss man schauen. Ich habe mir dann auch nochmal die Sendung von dem Parteivorsitzenden Romberg angeschaut, sozusagen von wir2020-EU. Und die Bewegung Blau und die Föderalen, von denen hört man nichts und sieht man nichts. Also am Ende läuft es wahrscheinlich auf drei Parteien hinaus, sozusagen wir2020-EU, wir2020-DE und die Basis. Und da wird sich daraus die neue Volkspartei rauskristallisieren müssen. Ja, also das war es eigentlich schon und ja, es wird sich zeigen, all diese prominenten Namen, sozusagen, die wir in der Überschrift haben, alles das ist halt die ganze Prominenz, die bis jetzt da ist und hoffentlich kommt eben noch weitere als Parteimitglieder ran. Und Anfang der Woche geht es ja los mit der Tour durch die Sender, denn die wird alles entscheiden, denn 28 Prozent sind nur drin mit überlegenen Reformen. Und da braucht es die externen Reformen. Ohne externe Reformen wird jede Partei genauso scheitern wie Michael Ballwecks, nämlich mit 2,6 Prozent. Und denn ohne kompetente Reformen gibt kein Wähler einfach so seine Stimme, eine Ein-Punkte-Partei sozusagen, die nur eins sagt, Corona beenden. Die Leute wollen vier Jahre gut regiert werden und da vergeuden die ihre Stimme nicht an einer Ein-Punkte-Partei. Es muss alles Hand und Fuß haben im Parteiprogramm. Und dafür stehen die externen Reformer mit ihren 56 Prozent gerade, die sie mitbringen. Ja, das war es eigentlich schon. Tschüssi, bis bald. Ihr merkt, ich bin im Stress. Ich habe zu viel Arbeit. Tschüss, bis morgen.